Gott ist ein Gott, der in unsere Schwierigkeiten kommen will, der mit uns durchs Leben geht. Und das beinhaltet Leid, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Probleme. Ja, und das ist der grosse Unterschied. Und deshalb, ja, es gibt Hoffnung im Township, in diesen Settings, wo junge Menschen wirklich weniger Hoffnung haben, weil ihr ganzes Umfeld so herausfordernd ist. Gott ist mit ihnen im Leid. Gott ist mit ihnen in diesen Familien, die wirklich herausgefordert sind. Ja, Doris, herzlich willkommen hier. Danke. Es ist für uns eine Riesenehre, dass du bei Tibian, bei diesem Talk dabei bist und dass wir lernen dürfen von dir, erfahren dürfen, was du in deinem Leben so erlebst und erlebt hast. Du bist mit deinem Mann und euren drei Kindern nach Südafrika ausgewandert, aus der Schweiz vor zwölf Jahren. Und ihr habt dort in einem Township, in einem Ghetto, eine Organisation gegründet und aufgebaut. Hopetown heisst das. Ja. Und ihr engagiert euch da für Jugendliche wirklich am Rande der Gesellschaft. Armut, Drogen, Kriminalität ist ein grosses Thema. Das sind Männer und Frauen, die schon mit 15, 16 Mütter und Väter werden. Und ihr gebt ihnen Perspektive, Hoffnung. Ihr seid Familie für sie. Ihr unterstützt sie auch ganz praktisch. Also es ist unglaublich. Ich habe da ein wenig recherchiert, was ihr alles macht. Ihr habt ganz, ganz viele innovative Ideen, wie ihr wirklich diesen Menschen eine Perspektive und eine Hoffnung geben könnt. Ganz praktisch auch. Und meine allererste Frage ist, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr euch entschlossen habt, nach Südafrika zu gehen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war ein langer Weg. Es kam nicht einfach von heute auf morgen. Es war kein Kurzentschluss oder einfach eine Idee plötzlich, die da uns entgegenkam, sondern ich glaube, es war wirklich tief eigentlich schon verwurzelt. Schon, wenn ich zurückschaue, als ich etwa ... Ich habe mein Leben mit 14 Jesus gegeben. Und von diesem Moment an habe ich wie gemerkt, hey, alles oder nichts. Also entweder gebe ich mein Leben Jesus und dann gehört es ihm oder ich lasse es lieber bleiben. Und ich glaube, ich war immer bereit, ihm einfach zu dienen und wie er mich auch gebrauchen will. Ich hatte auch, als ich eine Teenagerin war oder eine junge Frau, habe ich verschiedene Menschen gehört, die von Missionen erzählten, die von ihrem Einsatz mit Gott erzählten. Und ich glaube, da war in mir ein Wunsch, diesem Gott auf irgendeine Art zu dienen, die eben auch mein ganzes Leben oder mein Sein beinhaltet. Und mein Mann hatte sehr ähnliche Wünsche, sehr ähnliche Träume auch, wirklich diesem Gott zu dienen. Und als wir uns getroffen hatten, wussten wir, hey, wir sind parat, wo auch immer Gott uns hinführen will. Und das war dann lange Zeit in der Schweiz. Also wir haben ja verschiedene, wirklich einfach Gott gedient, wo auch immer im Beruf und so weiter, wo wir waren. Und wir hatten dann eine Schule geleitet für junge Menschen, die ein Zusatzjahr, ein Gap Year eigentlich machen, eine Ausbildung im sozialen Bereich. Und dort hatten wir immer Einsätze, wo an verschiedene Orte führten, zum Beispiel Thailand, Burkina Faso, einfach wo sie die Erfahrung machen konnten, in einem anderen Kulturkreis zu sein. Und ja, wir hatten immer gewusst, Südafrika ist auf unserem Herzen. Wir waren auch als junges Ehepaar zwei Monate dort, hatten das Land bereist, hatten in verschiedene Projekte reingeschaut und haben ehrlich gesagt auch Gott gesagt, du kannst uns rufen, wenn du willst. Das hatte er aber nicht. Und deshalb waren wir über lange Zeit ja in der Schweiz und haben uns dort investiert. Aber als wir dann einen Einsatzort wieder suchten und entschieden haben, nach Südafrika zu gehen, da haben wir wirklich gemerkt, Gott spricht zu uns. Das ist jetzt mehr als einfach ein Vorbereiten für unsere Studenten, sondern ja, da hat es etwas mit uns gemacht. Und als wir dann im Einsatz waren, da haben wir sofort gemerkt, Gott ruft uns in dieses Gebiet, dort zu dienen, diesen Menschen. Wir wussten, hatten keine Ahnung, was wir machen werden. Hat aber einen Traum auch noch in einer, in der ersten Woche vom Einsatz, wo Gott ganz klar zu mir gesprochen hat und ich bin aufgewacht und ich wusste, das ist es, Gott will uns in diesem Gebiet, in dieser Gegend. Genau, deshalb, ja, es war ein längerer Weg, über viele Jahre eigentlich. Ja. Also du sprichst hier so ganz natürlich, ja, Gott hat uns gerufen oder wir haben sofort gewusst, du hast noch von einem Traum gesprochen. Wie erlebst du da, ja, Gottes Führung vielleicht in deinem Alltag oder in dieser speziellen Situation? Wie hast du da Gott neben deinem Traum erlebt? Genau. Oder seine Führung? Ja, ich glaube, ich habe über all die Jahre Gott immer als einen sprechenden Gott erlebt. Also als einen Gott, der wirklich zu uns spricht, der mit uns unterwegs ist, der durchs Leben mit uns geht, also ganz in einer natürlichen Art und Weise. Und ja, ich werde das oft gefragt, weisst du, wie hörst du Gott? Und ich glaube, wir haben manchmal das Gefühl, vielleicht Gott ist zu kompliziert. Oder wir sind zu kompliziert. Aber ich glaube, Gott spricht zu unseren Gefühlen, zu unserem Verstand, zu unserem Herzen. Und in dieser Situation dort, wir waren einfach bereit, ihm zu dienen. Wir waren bereit, unser Leben ihm hinzugeben. Und ich glaube, es war einfach klar, es war wie klar in uns beiden, dass das der Weg ist, den wir gehen sollen. Der nicht besser ist als der Weg, den wir vorher hatten. Da ist keine Wertung drin, sondern einfach eine neue Season, wo Gott uns in einer anderen Form gebrauchen möchte. Und wie gesagt, ich hatte wirklich keine Ahnung, was wir tun werden. Und wir waren dann die ersten vier Jahre, waren wir wirklich einfach, wir kamen, wir haben Existierendes unterstützt, wir haben gelernt, wir haben geschaut, wo können wir dienen, was ist vor unseren Füssen, wo wir irgendwie etwas tun können. Und ja, und erst dann eigentlich später haben wir dann Hoptown gegründet, wo wir wirklich auch gemerkt haben, das ist jetzt die Richtung, die wir gehen sollen. Ja, also wenn ich dir so zuhöre, dann könnte das nach einem ganz natürlichen Prozess, nach einem natürlichen Unterwegssein mit Gott, wie du mit ihm sprichst, wie ihr einfach mal tut, was vor euren Füssen liegt und dann schaut, ja, was passiert und wie Gott euch wirklich auch geführt hat. Das ist schön zu hören. Und du sprichst auch davon, dass ihr wirklich den Jugendlichen Perspektive gebt. Du sprichst von Wiederherstellung und Hoffnung in einem Umfeld, in dem es eigentlich wenig Hoffnung gibt. Und vielleicht jetzt so eine provokante Frage, ist das denn überhaupt möglich? Ist Wiederherstellung möglich und gibt es Hoffnung? Ja, wow, absolut. Also Gott ist ein Gott der Hoffnung. Also das habe ich in meinem eigenen Leben auch erlebt. Das ist nicht etwas, das ich einfach weitergeben will, weil ich das gut finde. Sondern ich glaube, ich habe diesen Gott so tief in meinem eigenen Leben erlebt, als der Gott der Hoffnung, der Veränderung und Heilung schafft. Und dass ich weiss, tief in meinem Inneren, das ist möglich. Und ich glaube, wenn wir die Menschen erleben und kennenlernen und mit ihnen unterwegs sind, das sind immer Jahre. Wir machen keine schnellen Problemlösungen. Oder das ist nicht möglich. Also da bin ich definitiv vielleicht ein bisschen vom Himmel heruntergefallen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und ich denke, was man da wirklich wissen muss, ist, diese Menschen wurden geprägt über Jahre. Also das heisst, Prägungen brauchen manchmal auch wieder Jahre, um sie abzulegen. Und auch Heilung. Heilung ist nicht etwas, was im Moment passiert. Vielleicht löst etwas etwas aus, aber Heilung erleben wir als einen Prozess, wo Menschen verändert werden, wo ihr Denken verändert wird, wo sie realisieren, ich kann etwas, ich bin gar nicht so schlecht, wie immer alle sagen, ich bin ein Mensch, den Gott sieht. Und dieser Mensch, den Gott sieht, ist wunderbar gemacht. Und das ist ein längerer Prozess. Aber ja, es ist möglich, es ist extrem schön zu sehen, wenn Menschen realisieren, hey, ich bin geliebt, egal, was ich jetzt tue und nicht tue. Ich bin geliebt. Und das ist einfach mal ein Fakt, den man erkennen darf. Ich bin geschaffen worden. Ich habe ein Leben, das Bestimmung finden darf. Und das muss man ja wie lernen, wenn man das ganze Leben einfach nur runtergedrückt wurde oder missbraucht wird. Oder deine Mutter und dein Vater dir immer wieder sagen, du bist nichts, du kannst nichts, du bist ein Dreck und so weiter. Ich meine, das ist dann einfach mal eine Riesenerkenntnis, wenn man realisieren darf, hey, das stimmt ja gar nicht. Da gibt es ja jemanden, der mich liebt. Und ich glaube, wir versuchen auch immer, weisst du, in diesem Prozess, man kann ja viel tun als Menschen. Und ich glaube, eine Gemeinschaft, wie wir das jetzt tun, aufzubauen von Menschen, die füreinander auch da sind oder die aneinander glauben, ist sicher viel wert. Aber ich glaube, ich merke auch immer wieder, wenn Gott nicht Heilung bringt, dann kann das menschliche Bewirken nur einiges, nur ein gewisses Quantum erreichen. Aber ich glaube, wenn der Gott kommt mit seiner Kraft und seiner Heilung, dann passiert schon noch mal etwas anderes. Und ich glaube, das ist immer unser Anliegen, dass einfach Gott sichtbar und realisiert, ja, erkennbar und auch erfahrbar wird. Und das kann man nicht tun. Das kann ich nicht tun. Da muss ich nur eigentlich, ja, Gott die Chance geben, etwas zu tun. Und da kreieren wir sicher Möglichkeiten, dass sie diesen Gott auch erleben dürfen. Mich würde da noch interessieren, kannst du uns diesen Gott der Hoffnung, Du hast das so schön beschrieben, wie du ihn wirklich auch erlebt hast, schon als kleines Mädchen. Kannst du uns diesen Gott der Hoffnung noch etwas genauer beschreiben? Ja, ich glaube, er ist, wie gesagt, realer als viele denken. Er ist viel näher, als wir uns manchmal vorstellen. Ich glaube, wir behandeln Gott manchmal so in Abstand. Ah, jetzt komme ich zu dir und dann bin ich wieder hier. Und ich glaube, dieser Gott, den ich erlebe, ist präsent. Der ist auch präsent im Leid. Der ist präsent, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Der ist nicht abwesend. Und wir können ihn wirklich anrufen. Also ich erlebe ihn wirklich als einen Gott, den ich anrufen kann, der vielleicht nicht immer das tut, was ich denke, der nicht in mein Schema passt und nicht in meine kleine Box. Aber er ist da. Und dieser Gott ist ein wunderbarer Gott. Er ist wirklich ein unglaublicher Gott, der einfach mich auch eben kennt, weil er mich ja gemacht hat. Ja, von dem ich glaube, mit ihm anfangen zu rechnen und einfach zu wissen, er ist da. Und auch ihn einzubeziehen in mein Leben hat definitiv eine grosse Veränderung gebracht. Also nicht einfach das religiöse Gefüge. Ah ja, wir benen jetzt Gott an, wir gehen in den Gottesdienst, wir machen das. Sondern dieser Gott ist da, der ist präsent, der ist in meinem Leben, in meinen schwierigen wie in meinen schönen Zeiten. Das klingt einfach so ganz einfach. Es ist eben auch nicht so schwierig. Also nicht, dass ich das jetzt abwerten möchte. Aber das ist wirklich etwas, wir können wirklich zu Gott gehen, sagst du. Einfach so, wie wir sind. Er ist da und er tritt in Beziehung mit uns, wenn wir ihn suchen. Ja, es sagt ja auch, in der Bibel steht, wenn ihr mich sucht, dann werde ich mich finden lassen. Und ich glaube, das ist kein leeres Geschwätz. Das ist auch keine leere Versprechung. Das ist wirklich Realität. Aber ich glaube, unsere Vorstellung von Gott kommt uns in die Quere, weil wir haben eine bestimmte Vorstellung von Gott. Zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht, ich rufe zu ihm, dann sollte es mir besser gehen. Und das ist nicht die Realität, weil auch wenn wir die Bibel anschauen, es steht ja überall, verzweifelt nicht in schwierigen Zeiten, sucht mich, wenn ihr Probleme habt. Das heisst nicht, dass die Probleme dann einfach weg sind. Und ich glaube, wir Menschen, wir haben die Tendenz, ihn dann anzuklagen und sagen, du bist abwesend, du hörst mich nicht, du bist das. Aber das stimmt gar nicht. Gott ist ein Gott, der in unsere Schwierigkeiten kommen will, der mit uns durchs Leben geht. Und das beinhaltet Leid, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Probleme. Ja, und das ist der grosse Unterschied. Und deshalb, ja, es gibt Hoffnung im Township, in diesen Settings, wo junge Menschen wirklich weniger Hoffnung haben, weil ihr ganzes Umfeld so herausfordernd ist. Gott ist mit ihnen im Leid. Gott ist mit ihnen in diesen Familien, die wirklich herausgefordert sind. Hast du da vielleicht ein Beispiel von einer, sage ich mal, ja, von einer Geschichte, die wirklich diese, wo wirklich diese Wiederherstellung passiert ist? Ja, da kommt mir zum Beispiel gerade eine junge Frau in den Sinn, die kam in unsere Jugendgruppe, wir haben so eine Jugendgruppe angefangen, die kam da, die war eigentlich ziemlich regelmässig. Ich merkte, die hat irgendwie einen Hunger. Dann kam sie plötzlich nicht mehr, war nicht abwesend. Und ich habe sie dann zu Hause besucht, immer wieder. Und ich habe gemerkt, hey, da ist ganz viel Depression, Leid, Schwermütiges da. Sie wurde dann schwanger, sie war eine Teenager-Mutter, wurde schwanger, kam wieder in die Jugendgruppe, hat wieder irgendwo angedockt. Und da war so ein Weg, ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Sie hatte dann zwei Suizidversuche gemacht, die zum Glück nicht gelungen sind. Aber durch diese Probleme und durch diese Krise wurde sie eigentlich offener, auch für Gott. und wir haben sie dann eingeladen, bei uns ein Praktikum zu machen. Das ist so eine, wie eine kleine Ausbildung, wenn man aus der Schule gefallen ist, wenn man wirklich eigentlich nichts mehr zu tun hat, dann laden wir so junge Menschen ein, ein Jahr lang mit uns zu verbringen, 40 Stunden in der Woche, fünf Tage die Woche. Und in diesem Praktikum hat sie wirklich einfach Gott erfahren. Ich kann es gar nicht anders sagen, wo sie gemerkt hat, hey, dieser Gott interessiert sich an mir, hat ein Interesse an mir, sie hat ihn gesucht, hat ihn gefunden. Aber das Leben war dann nicht einfach so einfach. Also sie hat dann wirklich diese Erfahrung gemacht, aber dann hat sie wieder einen Typen kennengelernt, wurde wieder schwanger, wollte abtreiben, war voller Scham, wollte das niemandem sagen, dass sie da wieder schwanger ist. Und eine Freundin von ihr dann, die eigentlich Gott gar nicht wirklich so kennt oder gekannt hat zu diesem Zeitpunkt, kam dann zu mir und hat gesagt, hey, ich glaube, du solltest sie besuchen, sie will abtreiben. Und ich wusste nicht mal, dass sie schwanger war in diesem Moment. Und ich bin dann zu ihr nach Hause gegangen und ich war bei ihr zu Hause und ich wusste auch nicht, was sagst du in so einer Situation. Ich konnte ihr nicht mal sagen, dass ich weiss, dass sie schwanger ist, weil ich ihr der Freundin versprochen hatte, dass ich das nicht sage. Und ich bin dort in diesem Moment und das Einzige, was ich tun kann, ist da zu sein mit ihr und einfach zuzuhören, wenn sie sprechen will. Und das wollte sie zuerst nicht. Und ich war dann einfach eine ziemlich lange Weile in diesem Zimmer und habe Zeit mit ihr verbracht. Und dann plötzlich kam das und sie hat mir dann das anvertraut und hat mir aber klar gesagt, ich werde abtreiben, es gibt keine Alternative. Ich kann das Kind nicht bekommen. Ich bin jetzt schon alleine mit einem Kind. Ich kann nicht zwei Kinder alleine aufziehen als Teenagermutter. Sie war dazu mal 19, 18, 19, also immer noch sehr jung. Das andere Kind war schon drei Jahre alt. Ja, und dann habe ich ihr gesagt, komm, wir beten. Wir gehen zu diesem Gott, der dich kennt, zu diesem Gott, den du geschmeckt hast, diesem Gott, der in deinem Leben schon einiges getan hat. und ehrlich gesagt, wir haben einfach gebetet. Ich habe nicht gebetet, dass sie sich umentscheidet. Ich habe nicht gebetet, dass sie etwas anderes tun soll, sondern ich wusste einfach, hey, wir kommen jetzt einfach zu diesem Gott, der da sein kann in dieser schwierigen Situation. Und ich bin dann gegangen, ich habe ihr noch gesagt, hey, wenn du willst, lies doch Psalm 139. Und sie hat dann gesagt, ja, 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 ja. Und ich dachte, ich bin nicht sicher, ob sie den liess. Anyway, sie ging dann schlafen und in der Nacht ist sie aufgewacht und sie konnte nicht mehr einschlafen. Und dann hat sie gedacht, okay, ich lese vielleicht doch nochmal diesen Psalm 139. Und Gott ist ihr begegnet in diesem Psalm. Einfach begegnet. Und sie hat geweint, hat gemerkt, nein, Gott will dieses Kind, wenn Gott dieses Kind jetzt schon sieht, jetzt schon weiss, wie dieses Kind aussieht, wie viele Haare es mal auf seinem Kopf haben wird, dann sollte ich das vielleicht behalten. Und sie hat sich entschieden, das Kind zu behalten. Es war eine 180-Grad-Wendung. Sie kam wirklich voll auch zurück zu Gott und hat jetzt diese zwei Kinder, ist eine unserer jungen Leiterinnen, hilft mit, dass andere Menschen Hoffnung finden dürfen, lebt in unserem Jüngerschaftshaus, das wir im Township drin haben und ist ein, ja, ein Zeichen der Hoffnung für viele ganz andere junge Mütter und Menschen. Und das ist für mich eine Hoffnungsgeschichte, wie Gott Menschen verändert, wie Gott Menschen ruft. Und da dürfen wir einfach ein Stück auf diesem Weg sein. Absolut, ja. Du hast vorhin schon, hast du uns ein wenig reingenommen in diese Frage nach dem Leid oder dass halt der Glaube wirklich auch nicht einfach so, dass dieser Schönwetter-Spaziergang ist, sondern dass das auch beinhalten kann, dass man schwierige Sachen mit Gott zusammen erlebt oder dass dann Gott wirklich auch helfen kann in diesen Schwierigkeiten drin. Und ihr habt gerade im letzten Jahr, 2023, habt ihr wirklich ein schwieriges, aufreibendes Jahr erlebt. Ihr habt Verrat erlebt von Weggefährden, von Mitarbeitern. Und ich möchte dich da fragen, wie gehst du oder wie bist du mit so Leiden oder so schwierigen Situationen umgegangen? Ja, das war wirklich ein schwieriges Jahr. Es hat uns sehr unverhofft getroffen. Ich glaube, manchmal ist man dann auch ein bisschen naiv, wenn man mit Menschen unterwegs ist und auch Veränderung sieht. Und ich glaube, was wir realisiert haben, ich komme dann dazu, was Gott in meinem Leben gemacht hat, aber einfach so ein bisschen Kontext zu geben, und ich glaube, was ich realisiert habe, ist auch, wenn Menschen verletzt wurden über Jahre und wir arbeiten mit solchen Menschen, die nehmen wir auch in unser Team rein, wir begleiten sie über Jahre, aber das ist halt manchmal nicht ganz so stabil, wie man hofft. Und da braucht es eigentlich ziemlich wenig, dass Menschen vielleicht wieder falsche Entscheidungen treffen. Und das war in diesem Fall so. Und das hat sicher mich persönlich sehr getroffen, weil es eine unserer jungen Frauen war, die ich über Jahre begleitet hatte, auch durch zwei ungewollte Schwangerschaften, die sie erlebt hatte. Es ist nicht die gleiche Frau, von der ich vorher erzählt habe. Und ja, und in diesem Schmerz habe ich wirklich gemerkt, da kommen auch Sachen in mir rauf, wie Wut, Enttäuschung natürlich, Bitterkeit, das da irgendwo Raum nehmen will, auch in meinem Leben. Und ich habe dann wirklich gemerkt, was mache ich jetzt mit dem? Ich fragte mich, ehrlich gesagt, was mache ich jetzt mit dem? Soll ich irgendwie da gegen Pol setzen und vielleicht auch wie verteidigen oder mich schützen, Selbstschutz? Soll ich da irgendwie über das sprechen? und so weiter. Und ich habe wirklich gemerkt, dass Gott in meinem Herzen gesprochen hat und er hat auch durch einen Psalm zu mir gesprochen, wo ich einfach gemerkt habe, hey, bete einfach Gott an, überlass mir. Das ist wie das, was ich gespürt habe, was Gott zu mir sagt, überlass mir, was damit geschieht. Verteidige dich nicht, lass es sein, ich bin drin. Und ich habe dann wirklich den Weg gewählt, Gott anzubeten und diese Person zu segnen. und das hat eine Veränderung in meinem Herzen bewirkt. In Jakobus 1 steht, das finde ich ganz eine spannende Stelle, da steht, wenn du versucht oder getestet wirst, auch in deinem Glauben und in deinem Leben, ja, dann ist das eigentlich eine Prüfung, die auch zeigt, was in uns drin ist und was Gott in unserem Leben bewirken will. Und wir dürfen freudig sein, das finde ich auch unglaublich, wir dürfen freudig sein in diesen Testen. Und ich glaube, ich habe das wirklich erlebt, ganz praktisch, in diesen schwierigen Momenten, wo ich zu Gott gekommen bin und ihm das hingelegt habe und auch gesagt habe, ich bin wirklich verletzt, ich bin enttäuscht, ich finde das total daneben, was die macht. Ich kann das nicht glauben, das haben wir nicht verdient. All diese Gefühle, die dann aufkommen, habe ich Gott gebracht und ich glaube, ich bin froh, habe ich sie ihm gebracht und nicht all den Menschen rund um mich herum. Ich glaube, er kann besser damit umgehen. Ich habe gemerkt, dass da neue Freude kommt, weil ich weiss, ich bin geborgen, ich bin am richtigen Ort, ich darf das da abladen und ich darf es auch bei ihm lassen und muss mich nicht in diesen Gefühlen wälzen, sondern ja, wirklich einfach auch diese Freiheit in Anspruch nehmen, dass Gott da ist, dass er mit mir geht, dass er mich jetzt kennt und auch weiss, dass ich jetzt trauere um diese Beziehung, die wir hatten oder auch um diese Frau, wie sie vorher war und was sie jetzt nicht mehr ist und Gott ist ein guter Gott und ja, ist mir wirklich begegnet in dem drin und hat mich auch neu wieder gesteckt, er hat mir auch Vision geschenkt, er hat mir zum Beispiel aufgezeigt, segne sie und ehre sie und das hatte sie nicht verdient in diesem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich hatte wie gemerkt, nein, ich möchte sie ehren und ich habe das angesprochen und bestätigt, was sie eigentlich immer gut gemacht hat und wir haben ihr, sie wurde dann, hat sich dann selber auch entschieden zu gehen, also sie wäre auch entlassen worden, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem, was sie sich geleistet hat, aber wir haben ihr noch einen Abschied gemacht, wir haben ihr ein Abschiedsgeschenk, wir hatten eine Ehrenrunde noch gemacht, wo sie geehrt werden durfte, das hatte sie nicht verdient und ich glaube, das hätte ich nicht geschafft, wenn ich nicht Gottes Perspektive für diese Frau gesucht hätte. Es ist eindrücklich, wie du beschreibst, dass du eigentlich deine Gefühle nicht einfach unterdrückt hast, nicht einfach gesagt hast, ja, ist alles gut, vergeben, vergessen, sondern du hast diese Gefühle gefühlt, hast sie genommen und bist aber dann damit zu Gott gegangen und hast dort wirklich ihm das alles hingelegt und du hast vorhin gesagt, ja, du hast dich entschieden, dann wirklich ihn anzubeten, war das am Anfang schwierig? Ja, das war schwierig, aber ich glaube, vielleicht noch etwas dazu sagen, ich glaube, wir müssen uns nicht selber verleugnen, also ich glaube nicht, dass es da so ein christliches Sugarcoating gibt, dass man dann einfach rüberwirft, die Decke, oh nein, Gott ist gut, du musst das jetzt einfach erdulden oder wegtun, sondern ich glaube, wirklich diesen Trauerprozess zulassen in diesem Bereich, dass man enttäuscht ist, das habe ich wirklich gebraucht und es war ja real, ich war enttäuscht, ich konnte das nicht glauben, was uns letztes Jahr geschah, das hätte ich auch nie gedacht, dass mir das mal passieren würde, aber es war Realität und ich glaube, da darf man trauen, da darf man auch mal wütig sein, ich glaube, die Frage ist einfach, wo gehen wir hin mit unserer Wut und ich bin froh, hat Gott mir aufgezeigt, wo ich hinkommen soll, weil das könnte auch in eine andere Richtung dann gehen oder, dass man sich immer wieder über das spricht und mit all diesen Menschen und das kann man sogar sehr fromm ausdrücken, wie man da mit anderen Menschen, über andere Menschen spricht, aber ich habe einfach wie gemerkt, nein, Gott liebt sie genauso wie mich, es gibt kein, du bist besser oder du bist schlechter, auch wenn sie in diesem Moment falsche Entscheidungen oder falsche, ja, falsche Entscheidungen getroffen haben. Und was würdest du jemandem, der jetzt hier zuhört bei diesem Interview und der sich wirklich in einer schwierigen Situation befindet, was würdest du dieser Person raten? Ja, ich glaube, ich würde raten, dass eine schwierige Situation uns näher zu Gott bringen kann und dass Gott immer eine Absicht hat, wenn er schwierige Situationen zulässt, also auch wieder Jakobus 1 steht auch, dass Gott ist nicht derjenige, der uns versucht, sondern die Sünde versucht uns, der Neid oder die Eifersucht oder die Enttäuschtheit oder die Verletztheit, was auch immer um uns herum passiert, das versucht uns und wir können uns auch entscheiden, was wir damit machen wollen. Und ich glaube, ja, Gott ist da und ich würde dir raten, hey, Gott ist da, such ihn in diesem Moment und bringe ihm deine Lasten, weil er will sie dir abnehmen. Du bist mit deiner Familie nach Südafrika gereist, du hast dein Haus geöffnet, du hast auch ein Stück weit deine Privatsphäre ein wenig aufgegeben, hast wirklich dein Leben geteilt, euer Leben geteilt mit diesen Menschen. Bist du schon so aufgewachsen, wurde dir das quasi in die Wiege gelegt, dieses, ja, dein Leben teilen, diese Gastfreundschaft oder hast du da irgendein spezielles Vorbild gehabt? Ja, also ich bin eher gut bürgerlich aufgewachsen. Ich denke, meine Eltern sind auf jeden Fall gastfreundlich, aber wir hatten jetzt nicht irgendwie viel Besuch zu Hause. Von dem her wurde ich jetzt nicht unbedingt geprägt, dass man sein Hab und Gut so teilen soll oder auch mit anderen Menschen vielleicht sehr intensiv unterwegs ist. Ich denke, das habe ich jetzt nicht so erlebt zu Hause. Ja, ich glaube, ich habe verschiedene Sachen erlebt in meinem Leben, wo das mich geprägt hat. Ich glaube, ich habe einfach auch gemerkt in meinem Leben mit Gott, dass das Leben nicht mir gehört, sondern es gehört Gott. Und da kann ich mich dann fragen, okay, was mache ich mit meinem Leben? Lebe ich es für mich und in meinem Rahmen, in meinem Gärtchen? Oder will ich mein Leben dazu gebrauchen, dass es Gott Ehre bringt oder auch anderen Menschen dienen kann? Ich denke, wir hatten auch verschiedene Seasons in unserem Leben. Ich denke, wir hatten Seasons oder Abschnitte in unserem Leben, wo wir sehr, sehr viel und alles gegeben haben. Da hatten wir immer Leute in unserem Haus und so weiter. Und jetzt, im Moment, würde ich jetzt sagen, sind wir in einer Season, wo wir auch gemerkt haben, hey, wir müssen uns auch gesund abgrenzen. Es ist auch wichtig, dass man so Prozesse gehen darf. Von dem her, ich glaube, das Leben, zu wissen, dass wir nicht das Leben, dass das Leben nicht uns gehört, sondern dass wir ein Leben für Gott leben dürfen, dann zeigt er uns auch, was jetzt dran ist. Und das heisst nicht, dass man zu allem Ja sagen muss, dass man alles tun muss, dass man sich, dass man keinen Besitz haben darf oder was auch immer, überhaupt nicht, sondern man muss wissen, mit Weisheit, ja Gott, was willst du jetzt mit mir, was willst du jetzt tun, wie sieht das im Moment aus, was brauchen Menschen um mich herum, aber was brauchen wir auch. Ich glaube, das ist einfach wieder dieses Unterwegssein mit Gott. Ich glaube, ich kann es eigentlich so beschreiben. Aber Vorbilder, ich hatte sicher Vorbilder auch in meine, wenn ich denke an meine Jugendjahre, wo ich Menschen kennengelernt habe, die einen Radical Lifestyle gelebt haben, wo sie wirklich sich eben hingaben, das hat mich geprägt, da habe ich gemerkt, wow, Gott braucht diese Menschen auch in meinem Leben, Gott hat diese Menschen in meinem Leben gebraucht. Ja, und da ist sicher ein Wunsch eben auch da, ja, ich will mich gebrauchen lassen, mein Leben soll anderen Menschen dienen. Und wie können wir das tun als Familie, wie können wir das tun als Ehepaar, wie kann ich das tun als Einzelperson? Er wird es uns zeigen. Und ist das etwas, was auch, also es klingt jetzt so nach Opfer, oder ist das etwas, was auch Spass macht, oder was dir oder euch entspricht, oder wie erlebst du dann das ganz praktisch, dass dein Leben, dass das Leben Gott gehört, oder dass du es einsetzt, dass er da bestimmen kann, ist. Ja, also ich sage immer, wenn man ein abenteuerliches Leben will, dann sollte man mit Gott unterwegs sein. Und ich finde, ich habe eh den besten Job in der Welt, ehrlich gesagt. Es ist super spannend, jeder Tag ist anders. Ich erlebe Gott als, ja, wirklich einfach ein so guter Wegbegleiter, aber eben auch, was er dir dann anvertraut, das ist definitiv nicht immer einfach. Ich habe einen schwierigen Job. Das ist jetzt nicht irgendwie gesagt, wenn ich sage, ich habe den besten Job oder mir gefällt das, dass es immer einfach ist. Es ist sehr schwierig, manchmal mit Menschen unterwegs zu sein, die aus schwierigen Verhältnissen oder aus Kriminalität oder was auch immer kommen. Aber ich merke wirklich auch, dass ich ganz viel Freude und auch wirklich auch Bestimmung erleben darf. In Hope Town haben wir so einen Satz, den wir wirklich leben als unsere Gemeinschaft und auch dafür immer wieder beten, dass wir ein Leben mit Bestimmung und Leidenschaft leben dürfen. Und ich glaube, Leidenschaft heisst eben auch, dass wir manchmal dann auch bereit sind zu leiden, Leidenschaft. Aber ich glaube, wir dürfen auch unsere Gaben leben. Man muss sich nicht selbst verleugnen. Gott ist nicht ein Gott, der dann alles wegnimmt und du musst dann ein furchtbares Opfer bringen, sondern ich glaube, er braucht uns dann dort, wo wir sind, mit dem, was wir sind und traut uns auch etwas zu. und ich glaube, Gott traut uns wirklich was zu. Er glaubt an uns. Wir sagen immer, ich glaube an Gott, aber eigentlich glaubt Gott an uns, weil er uns geschaffen und auch weisst, zu was wir fähig sind. Und das ist dann je nachdem, was auch immer in diesen Momenten, in diesen Saisonen und es ist auch keine Wertung, wo wir dann sind, ob ich im Beruf bin oder ob ich jetzt, ich lebe ja auch einen Beruf, ich bin auch im Beruf, in Südafrika, einfach in einer anderen Form. Ja, es ist nicht wertend. Es ist nicht das bessere Leben, das ich jetzt lebe und es ist bedeutungsvoller für Gott, wenn ich jetzt da in Südafrika bin, als wenn ich jetzt in meinem Job vorher war, in der Schweiz. Es hat den gleichen Wert. Aber was du uns sagst, ist wirklich, wenn du mit Gott unterwegs bist, ist das Leben wirklich voller Abenteuer. Ja, spannend. Weil Gott dir Sachen, Dinge gibt oder dich vielleicht herausfordert und das merke ich wirklich auch, wenn ich so dich jetzt höre, wie das wirklich ein spannendes Leben ist. Einfach nicht nur für dich, sondern auch für alle Menschen, die sich auf dieses Abenteuer mit Gott einlassen. Absolut. Ja. Nein, also wenn man ein Leben mit Abenteuern erleben will, dann ist es gut, mit Gott unterwegs zu sein. Aber auch, wenn man nicht so viel erlebt. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ich erlebe nicht so viel mit Gott. Ich glaube, es geht nicht darum, wie viel Action und Sachen man dann erlebt, sondern ich meine, es gibt auch Zeiten, da habe ich auch nicht jeden Tag ein Erlebnis mit Gott. Und trotzdem darf ich wissen, er ist da und er begleitet mich. Und ja, Gott ist ein guter Gott. Du hast vorhin gesagt, was ihr euch so auf die Fahne geschrieben habt, wirklich ein leidenschaftliches Leben mit Hingabe zu leben. Wie haltet ihr eure Leidenschaft immer wieder am Leben? Ich glaube, das ist nicht etwas, was man einfach tun kann. Da gibt es kein Rezept, jetzt will ich leidenschaftlich sein. Ich glaube, Leidenschaft ist etwas, was Gott in uns weckt, was er in uns bewirkt durch diese Beziehung. Und Leidenschaft für mich ist auch kein Gefühl. Es ist nicht ein Gefühl, das ich habe, ich fühle mich jetzt leidenschaftlich oder heute möchte ich leidenschaftlich sein oder so. Sondern Leidenschaft hat für mich viel mit Hingabe zu tun. Es ist eigentlich ein Commitment, eine Hingabe, die ich lebe, die ich Gott gebe, wo ich sage, hey Gott, mein Leben gehört dir. Ich habe es vorher schon erwähnt. Ja, und ich glaube, diese Leidenschaft, eben mit Gott unterwegs zu sein, sich ganz Hund zu geben, das ist eigentlich, wirklich ein Lebensstil. Es ist ein Lebensstil, leidenschaftlich zu leben und nicht ein Gefühl. Kannst du uns diese Hingabe noch ein wenig beschreiben? Ja, das ist ganz einfach. Also, ich bin wirklich simpel gestrickt. Da stehe ich auf am Morgen und ich lade ihn ein, mit mir durch den Tag zu gehen. Und dann wird jede Aktivität, die ich erlebe, jedes Gespräch, das ich habe, darf bedeutungsvoll werden. Und ich lebe dann nicht einfach durch den Tag, sondern mit ihm durch den Tag. Und er ist dann bei mir. Also, du sagst eigentlich, dass du wie Gott integrierst in deinen Alltag, in deinen Tag. Absolut. Er will auch. Er will mit uns auf die Toilette gehen. Er will mit uns irgendwo im Zug sein. Er ist wirklich präsent. Er ist nicht abwesend. Er ist nicht weit weg. Und ich denke, da liegt es auch an uns, dass wir ihn dann einbeziehen in dem, wo wir sind. Ich habe meine besten Gebetszeiten auf der Toilette. Nein, das ist super, da bin ich alleine, da kann ich gerade ein bisschen mit ihm sprechen und diese Zeit auch mit ihm nützen. Und egal, wo wir sind, Gott ist da und er will einen Anteil haben in unserem Leben, diese Gemeinschaft pflegen. Für das sind wir geschaffen worden, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist wirklich ganz banal und ganz einfach und praktisch. Wenn jetzt jemand hier zugeschaut hat und er denkt, wow, das ist eine wirklich richtig gute Sache, wie kann ich das unterstützen? Wie kann jemand eure Arbeit unterstützen? Ja, wir haben eine Webseite, Hopetown, die kann man vielleicht einblenden, hopetown-network.com. Da kann man sich informieren, da kann man auch schauen, okay, wie kann ich das unterstützen? Ja, ich glaube, wir brauchen immer wieder gute Partner, die mit uns unterwegs sind. Und wir haben auch ein Interesse an langjährigen Partnern, die die gleiche Vision, die gleichen Anliegen, die gleichen Werte haben. Aber da gibt es viele Möglichkeiten. Vielen Dank, Doris. Vielen Dank für dieses Interview und dass du uns wirklich diesen Einblick gegeben hast. Es war so spannend, von dir zu hören. Danke, danke, dass ich da sein durfte. dass ich da sein durfte. das ist. 210-3-2-2-3-4-4-4-4-5-4-4-5-4-5-5-4-5-5-5-5-5-6-5-6-6-5-7-5-6-5-6-7-6-7-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-7-6-7. Vielen Dank.